Celebrations-Adventskalender Part 11 oder zwischen 11. Jetzt sagen wir den wieder runter und wie gesagt, wie ihr seht, es ist schon wieder dunkel. Es ist um morgen 7 Uhr, denn ich muss ja wieder zur Schule. Und normalerweise mache ich eigentlich durch die Woche, also Montag bis Freitag wollen ja immer um morgen. Und am Wochenende ist es manchmal anders. Hier ist die L, also zurück zum Tim würde ich mal sagen. Hier ist die L und die dann mal Details. Krass, ne? Und dann tun wir ihn wieder zurück. Und das war's mit dem Video. Bis dann, bis morgen. Tschüss. Tschüss.